jetzt geht es um das staking und um die staking pools und das thema staking pools ist eigentlich auf den ersten blick relativ einfach wenn man dann genauer hinschaut dann wird es leider doch ein bisschen komplizierter und ich werde versuchen das jetzt hier mal zu erklären aber bevor wir damit anfangen zeige ich noch mal kurz unseren plan wo wir jetzt stehen also wir wollten wir haben euro gekauft waren da auf binance haben die umgetauscht in bnb tokens die bnb tokens haben wir bei der plattform venus.io eingelegt die haben wir also dort verlieren dafür bekommen wir zinsen dann haben wir uns busd ausgeliehen und dafür zahlen wir zinsen aber wir bekommen von venus.io als belohnung dafür dass wir da teilnehmen xvs tokens das ist also ein token der von der plattform venus.io ausgegeben wird und der ermöglicht es uns dort am voting teilzunehmen das heißt wir können über das schicksal dieser plattform da wir nutzer der plattform sind mit bestimmen das ist also im prinzip die idee auch von dieser centralized finance dass die nutzer selber diese protokolle gestalten und das klingt jetzt wie so ein basisdemokratischer prozess bei dem dann auch viele sagen ja ich will eigentlich nur geld verdienen ich will da gar nicht groß mitmachen und und das ist eben auch ein bisschen der punkt dabei dass einerseits stimmt das also man kann das einfach das voting einfach ignorieren und die xvs tokens die man da bekommt die haben eben auch einen bestimmten wert und dieser wert ist ja stellt ja für uns eine einnahme da und diese einnahme hängt von unserer einlage ab das bedeutet je mehr wir dort einlegen und je mehr wir dort aus entnehmen desto höher ist unsere einnahme durch das xvs das heißt wir bekommen xvs tokens sowohl dafür dass wir dort geld einlegen wir bekommen aber auch xvs tokens dadurch dafür dass wir dort geld leihen und wenn wir das alles zusammenrechnen also unsere zinseinnahmen durch den bnb token und unsere zins ausgabe durch den b usd plus den xvs den wir geschenkt bekommen dann ergibt das in der tat einen insgesamt positiven zinssatz obwohl wir ein darlehen laufen haben und das ermöglicht uns also jetzt an dem punkt schon mal ein bisschen geld zu verdienen und jetzt haben wir die b usd in der hand und mit den b usd oder in unserem wallet besser gesagt und mit den b usd gehen wir jetzt zum zu einem staking pool und dort werden wir diese b usd einlegen und dafür bekommen wir wiederum eine belohnung ein reward der auch wieder eine einnahme darstellt und das zeige ich jetzt mal wo wir das machen werden und wie das geht das ist sehr sehr schnell erklärt das ist ziemlich einfach und zwar gehen wir dazu auf goose defy.com das ist eine defy plattform und die zeige ich jetzt mal so ich bin jetzt also auf goose finance unter www.goose.defi.com und auf goose.defi.com dreht sich alles um gänse die goldene eier legen und von den goldenen eiern da wollen wir was abhaben bevor ich das bevor wir jetzt hier reingehen noch mal ganz schnell eine ganz doofe falle und zwar wenn ich mein wallet aufmache ich bin hier in meinem defy tutorial wallet und ich bin auf der bin und smart chain das ist also korrekt wenn ich jetzt auf token hinzufüge und die b usd suche die ich ja bei mir bei venus geliehen habe ich füge den token hinzu wie ich das schon mal gezeigt habe dann sehe ich hier null ich habe keine b usd tokens wenn ich dagegen aber auf venus nach schaue dann habe ich mir angeblich tatsächlich 500 g usd geliehen und das ist leider ein dummer programmierfehler und zwar wenn ich diesen token über diesen weg hier hinzufüge dann wird der auf der ethereum blockchain gesucht der token und auch hinzugefügt und das bedeutet wir haben hier die ethereum version von busd in unserem wallet drin und wir sind aber auf der beinen smart chain und deshalb ist unser gut haben hier null weil wir haben ja die beinen variante vom busd und wir müssen es jetzt irgendwie bewerkstelligen diesen busd hier rein zu kriegen weil wir wollen ja ein bisschen was sehen und das machen wir indem wir erst mal den falschen busd hier ausblenden und das geht man klickt hier auf busd also oft lässt sich das den koinen anzeigen und dann hier bei den drei punkten die hier übereinander sind verstecke ich den erstmal mit halt bd usd also ausblenden dann ist der weg dann gehe ich auf den blockchain explorer von binance das ist bsc wie bei einem smart chain scan dort kommen und dann suche ich hier nach dem b usd und hier werden ganz viele b usd angezeigt das sind aber alles die falschen was wir brauchen das ist der binance b usd stablecoin den klicke ich an dann sehe ich den die adresse von dem smart contract und diese adresse von dem smart contract die kann ich hier kopieren und die brauche ich jetzt und zwar wenn ich jetzt wieder also ich habe die hier kopiert mit diesem kopierknopf und dann gehe ich in die in das metamask wallet gehe auf token hinzufügen und dann custom token und da trage ich die adresse ein von dem smart contract die vertragsadresse token vertragsadresse heißt die hier und dann sehe ich hier schon dass das token symbol b usd ist und dass wir 18 dezimalstellen haben was jetzt nicht so wichtig ist ich könnte sogar dieses token symbol hier editieren mache ich jetzt aber nicht ich lasse das so und wenn ich das auf dem wege hinzufüge dann sehe ich tatsächlich auch mein gut haben von 500 b usd also blöde sache das liegt natürlich daran dass sie bei einem smart train noch relativ neu ist das in metamask das noch nicht hundertprozentig unterstützt wird das ist ja hier auch so ein kleiner trick wie wir das netzwerk hier hinzugefügt haben das ganze wallet denkt eigentlich immer noch ein bisschen ist es auf der ethereum blockchain man sieht es ja auch immer wieder hier wird manchmal ether angezeigt bei den gasgebühren wird ein ether symbol angezeigt das wird sicherlich eines tages mal verbessert werden und aber bis dahin müssen wir eben jetzt diese kleinen umwege gehen wir haben also jetzt hier unsere 500 b usd die werden hier angezeigt das heißt ich gehe hier aus dem bsc scan wieder raus bin wieder auf der seite von goose finance und wir wollen jetzt mit unseren b usd hier arbeiten und zwar die staking pools von goose finance die sind unter nests also wie nester da liegen die goldenen eier drin und dann wenn ich das aufrufe dann kann ich hier meine b usd staken und wie man sieht bekommt man hier einen zweifachen reward weil man b usd staked und hier zum beispiel wenn man usd c oder die einlegt dann hat man nur einen einfachen reward und wir bekommen hier eine apr von 224 prozent und das bedeutet also 224 prozent aufs jahr gerechnet das ist ganz ordentlich und der nachteil von diesem pool ist allerdings es gibt eine deposit fee das heißt sobald wir dort etwas einzahlen werden vier prozent abgezogen von unserer einlage und hier steht deposit fee will be used to buy back egg das heißt wir bekommen unsere rewards hier in der währung egg also goldene eier bekommen wir dafür quasi und die goldenen eier haben einen bestimmten kurs und diesen kurs den sieht man hier unten das sind sich hier unten links das sind 63 dollar zur zeit das kann sich natürlich sehr stark ändern und das heißt wenn wir hier also ausrechnen wie viele eier wir also eggs wir bekommen für unsere einlage und dann das mit dem dollar kurs multiplizieren dann ergibt das ein zinssatz von 224 prozent pro jahr natürlich und das heißt das ist eigentlich recht attraktiv solange dieser kurs hier einigermaßen stabil bleibt also wenn der hoch geht umso besser natürlich aber der sollte wenn der runter geht dann ändert sich die apa auch ein bisschen so dass wir wollen jetzt also unsere extra einlegen und ich hatte gerade gesagt vier prozent deposit fee die gehen also davon ab das heißt wenn wir jetzt unsere 500 usd einzahlen dann müssen wir dann werden da weniger als 500 b usd ankommen nämlich vier prozent weniger und diese vier prozent die werden genutzt um ex die verkauft wurden wieder zurückzukaufen und das bedeutet dass der kurs vom egg dadurch natürlich durch den kaufdruck der da entsteht dadurch das regelmäßig automatisiert diese vier prozent hier also das heißt die busd hier die wir einzahlen die werden genutzt um ex zu kaufen auf dem markt das heißt die ex werden auf dem markt weniger das ist ein bisschen deflationär zumindest ist das eine deflationäre ein deflationärer einfluss der herrscht und der wird natürlich aufgefangen durch die inflation dadurch dass hier neue coins produziert werden aber ich finde diesen deal jetzt für unseren zweck ganz gut es gibt auch andere plattformen wie zum beispiel pancakeswap das ist auch ein das ist ein exchange und dieser exchange der muss man mal kleiner machen das so geht das nicht der hat auch puls und in diese puls da gibt es keine deposit fee aber die aprs sind auch wesentlich kleiner also dass ich habe jetzt also im prinzip das muss muss die frei ausgesucht um einfach auch mal so ein bisschen diese tokenomics so heißt das also die die diese mechaniken die da so am werk sind diese inzentivierung und so um das mal ein bisschen zu zeigen also es gibt hier ausgefeilte modelle und diese vier prozent fee das finde ich ganz interessant das jetzt einfach mal auszuprobieren das heißt jetzt gleich wird aus unserem portfolio geld verschwinden wieder dafür bekommen wir aber einen sehr hohen zinssatz und das machen wir jetzt das mache ich jetzt mal vor also wir haben hier wir müssen erstmal diesen vertrag diesen vertrag genehmigen dass der mit dem wallet mit dem unserem wallet interagieren darf und dass der auch unsere busd abholen darf und wenn wir das fertig haben wenn das durchgelaufen ist dann kann ich mit stake mit dem knopf oder mit der schaltfläche stake hier mein staking einstellen und ich sehe hier ich habe 500 busd zur verfügung das stimmt ja auch die habe ich ja bei wien ist geliehen ich klicke auf maximum also max deposit fee dann gehen jetzt also 20 busd weg und ich drücke auf confirm schickt die ganze transaktion ab und nach einer kurzen zeit sind unsere 500 busd aus unserem wallet verschwunden und wir fangen an hier einnahmen zu generieren in form von x also in form von eiern goldenen eiern und das sieht man jetzt nach einiger zeit auch dass dieser wert hier steigen wird der ist jetzt auf null also man sieht hier 480 busd haben wir gesteigt das sind die 20 die fehlen die deposit fee von 4 prozent die 20 busd fehlen und ich werde jetzt nach und nach hier also diese zahl wird nach und nach steigen soweit ich das verstanden habe in auf dieser plattform werden diese rewards einmal täglich ausgezahlt das heißt wir müssen jetzt einen tag warten bevor sich hier etwas tut und damit so der vollständigkeit halber zeige ich jetzt nochmal wie man da wieder rauskommt weil das geht auch man klickt auf das minus hier sieht man dass man 480 busd entnehmen kann und dann also maximum confirm dann bin ich da raus das mache ich jetzt natürlich nicht weil wenn ich da jetzt wieder rein will muss ich ja noch mal vier prozent viel bezahlen also bleibe ich da drin aber das wäre der weg daraus sondern also auf cancel jetzt habe ich was mache ich jetzt mit den ex die ich hier bekomme also das wenn wir uns dann eben später noch mal genauer angucken wenn da auch was vorhanden ist natürlich gibt es hier noch einen zweiten staking pool und in diesen zweiten staking pool da sieht man hier erstmal zehnfache rewards das macht sich dadurch bemerkbar dass die lpr hier sehr viel höher ist nämlich 321 prozent und hier sind keine deposit fees das heißt ich kann hier die ex die ich hier verdient habe hier wieder einlegen und bekomme noch mehr ex und könnte die dann dort kann ich auch mal ich werden wir vielleicht auch machen die die ich dort verdiene wiederum dort einlegen das macht man über diesen knopf compound weil compound heißt ja sowas wie zinses zins auf deutsch das bedeutet also wir verdienen ex wir können die einlegen verdienen noch mehr und das stapelt sich natürlich immer mehr und wenn wir ein bisschen glück haben und dieser kurs hier steigt wird das ganze natürlich so eine richtige eigendynamik bekommen da setze ich auch ein bisschen drauf aber wir haben ja auch gesagt das ist jetzt hier nur ein experiment und wir wollen jetzt nicht wirklich geld verdienen deshalb macht das auch ruhig mit kleinen beträgen das wird natürlich dann 100 jahre dauern bis da irgendeine summe rauskommt die irgendwie irgendwie brauchbar ist also wenn er 50 euro rein tut dann wird das wahrscheinlich irgendwie ja dann habt ihr ja bei der lpa bis zum ende des jahres 150 oder so was euro das ist 100 euro verdient aber nur wenn alles gut geht und so also alles quatsch es geht darum zu zeigen wie das funktioniert und das ist diese staking pools sind eine total wichtige komponente in so einer in einer defy strategie weil hier eine gewisse hebelwirkung am werk ist weil wenn man sich jetzt noch mal vor augen führt wir haben wir verdienen also jetzt nicht nur zinsen auf unseren auf unsere einlage bei venus wir verdienen auch noch xvs tokens wir verdienen eck tokens und davon an den eck tokens verdienen wir doppelt das heißt also unser ziel wird irgendwie sein hier in diesem punkt wo jetzt also die meiste musik spielt wurden da möchten wir jetzt immer wieder rein und hier diesen kreislauf immer wieder anschwängeln und das kann man natürlich auch indem man die xvs tokens die man bei venus verdient umtauscht in b usd die b usd hier einlegt und dann also quasi unsere einlage hier erhöht weil diese diese ein die diese plattform hier generiert mehr einnahmen als die venus plattform und wir werden aber jetzt und das ist eigentlich schon eine fast vollständige strategie investment strategie die man tatsächlich für den anfang auch mal fahren kann und wir werden aber dann um das ganze jetzt vollständig zu machen das bild werden wir noch irgendwie die liquiditäts puls einfügen dann drehen wir also eine kleine extra runde und je nachdem wie es läuft bringen auch die liquiditäts puls ein bisschen mehr als das hier das machen wir dann später so das also relativ simpel aber jetzt kommt natürlich die frage wie kann das ganze gehen und da wird es ein bisschen komplizierter weil die frage ist ja wir haben jetzt hier 221 prozent lp a wir haben hier 321 prozent lp a also jahres sinds was wo zum teufel kommt das her warum hat dieser eck token der ja offenbar irgendwie auch so ein bisschen spaß token ist hier goose finance mit der ganz und dem ei warum hat der auf einmal einen wert von 63 dollar wo kommt das ganze her und das möchte ich jetzt mal kurz erklären warum gibt es staking pools wie funktioniert das ganze wenn man das verstanden hat dann hat man vielleicht auch ein bisschen den wissens vorsprung gegenüber den leuten die solche zinssätze hier sehen und die aus dem klassischen finanzbereich kommen und sagen das kann nicht funktionieren und dass das doch funktioniert das erkläre ich jetzt gleich wenn ich dieses schaubild aufgerufen habe und um zu verstehen welchen sinn und zweck diese staking pools haben und wie das ganze funktioniert muss man sich die frage stellen wie entsteht eigentlich vertrauen und um das zu erklären habe ich hier ein programmierer und dieser programmierer der möchte gerne anonym bleiben weil der arbeitet im decentralized finance bereich und er hat ein bisschen sorge dass er ein bisschen dass er mit der regulierungsbehörde kriegt oder mit der finanzaufsicht weil das alles ja noch nicht so richtig geklärt ist und der nennt sich deshalb king heini keiner weiß wer das ist und king heini hat eine super idee und zwar möchte der ein projekt starten das nennt sich den heini swap und der heini swap das ist ein dezentraler exchange oder irgendein anderes die fall projekt dass er jetzt programmiert hat und das ist jetzt fertig und das liegt auf der block chain das sind eine reihe von smart contracts und dann baut er auch noch eine schöne webseite dazu und auf der webseite verspricht er jetzt den investoren zehntausend prozent gewinn wenn sie da investieren weil dieses projekt echt gut ist und eine richtige innovation ist so und jetzt haben wir hier die investoren und die schauen sich das an und haben eine ganze menge fragen und trauen sich nicht so richtig dazu investieren weil das ganze sieht zwar schön aus also 10.000 prozent ist eine menge aber das sind alles nur smart contracts und eine webseite und von den smart contracts verstehen die ja nichts sie haben ja jetzt keine ahnung von der technik und deshalb ist das also für die investoren ein bisschen schwer da jetzt sofort einzusteigen und daher macht king heini jetzt einen staking pool auf und der staking pool der funktioniert so dass man dort euros einzahlt und das ist jetzt ein bisschen vereinfacht weil in wirklichkeit müsste das ja kryptowährung sein also sagen wir irgendein digital euro oder sowas stablecoin und wenn man da einzahlt dann liegen die euros in diesem staking pool drin und man bekommt dafür etwas was king heini neu erschafft nämlich den heini coin und dieser staking pool ist auch ein smart contract den king heini auf der blockchain veröffentlicht den hat er aber nicht selber geschrieben sondern das ist eine vorlage die hat er genommen und kopiert ein bisschen angepasst damit der heini coin da rauskommt und dieser smart contract den gibt es schon eine ganze weile den der ist vielleicht schon einige jahre alt der ist bewährt der wurde schon bei ganz vielen anderen projekten eingesetzt und es ist total absolut sichergestellt dass king heini keinen zugriff auf die euros hat die in diesem pool drin liegen er kann die nicht rausnehmen der einzige der die rausnehmen kann ist derjenige der sie auch eingezahlt hat das heißt wenn jemand in diesem pool eine bestimmte summe eingezahlt hat dann kann er die jederzeit auch wieder rausnehmen aber solange er in dem pool ist bekommt er heini coins ausgezahlt immer kleine menge aber nach und nach sammelt sich das ja an und jetzt ist die frage also die investoren die schauen sich das an und sagen ist ja schön und gut dann kriegen wir jetzt die heini coins aber die haben ja keinen wert die sind ja nichts wert und damit kann man auch eigentlich gar nichts richtig machen und deshalb warum sollten wir jetzt unsere euros da rein tun wir können das ist zeitverschwendung heini coins und dann irgendwie noch unsere euros können wir woanders besser anlegen also die investoren sind irgendwie nicht so richtig überzeugt die sind immer noch skeptisch und deshalb macht king heini jetzt führt der voting ein das heißt der heini swap der wird jetzt nicht mehr nur noch von king heini alleine kontrolliert sondern man kann mitbestimmen was dieser heini swap alles macht was er zum beispiel auszahlt und welche gewinne da zu erwarten sind und so das kann man also mitbestimmen wenn man in diesem projekt mitglied ist und natürlich wenn man mitglied ist das bedeutet man hat heini coins und jetzt sind die investoren da und sagen naja also voting interessiert uns eigentlich nicht da haben wir noch mehr zu tun wir haben ich schon genug den ganzen tag zu tun uns unsere die ganzen projekte anzugucken die wir in die wir investieren wollen jetzt sollen wir auch noch überall voten also das überzeugt uns noch nicht und deshalb führt king heini jetzt einen zweiten staking pool ein und in diesem zweiten staking pool da tut man heini coins rein und wenn man da heini coins drin hat dann bekommt man noch mehr heini coins und außerdem bekommt man wenn die heini coins in diesem pool drin sind solange die eigenen heini coins also gesteckt sind und man die nicht mehr ausgeben kann bekommt man auch voting rechte da entsteht schon so kleines bisschen vertrauen weil der heini coin dadurch eine art deflationäre tendenz bekommt denn die leute die mit voten wollen die in diesem projekt mitbestimmen wollen die werden ihre heini coins in den staking pool einlegen und dann damit sie mit bestimmen können und diese heini coins sind dann aus der allgemeinen zirkulation von heini coins raus das heißt der supply wird von heini coins wird dadurch so beeinflusst dass er geringer wird und wenn der supply geringer wird dann steigt der wert wenn der heini coin also einen wert hätte würde er dadurch steigen aber die investoren sagen das doofe ist ja er hat ja keinen wert und wenn der wert 0 ist und der verdoppelt sich ist der er hat ja immer noch null also das bringt uns nichts das macht uns nur noch mehr arbeit und deshalb wird king heini jetzt das projekt einfach mal starten und es wird mal man wird mal schauen ob es user gibt die auf diesem projekt mitmachen also die das nutzen also das heißt zum beispiel leute die den exchange gut gut finden und dann nutzen werden und weil dieses projekt wirklich eine gute idee ist wird es irgendwann nutzer geben die dann eben auch datei da was machen und die werden auch einnahmen generieren zum beispiel in form von trading fees und diese trading fees dass es hier unten dieser diese kurve diese grüne kurve die macht man die macht einen ganz guten eindruck da ist irgendwie so eine aufwärts tendenz zu erkennen und die gebühren die hier eingenommen werden der gewinn der fließt auch in den staking pool ein über irgendeinen mechanismus das ist jetzt egal also wie zum beispiel durch das zurück kaufen von heini coins dass also irgendwas oder oder durch eine reinvestition wie auch immer jedenfalls diese 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 trading fees der gewinn der hier anfällt der von den usern erzeugt wird der wird mehr und der fließt in den staking pool ein so und jetzt jetzt kommen wir wir sehen das ganze wir kennen uns auch ein bisschen besser aus mit der technik als die investoren wir sind nicht ganz so skeptisch und wir gehen mal mit einer gewissen summe geld in diese ganze geschichte rein wir nehmen also unsere euros gehen in den staking pool kaufen kriegen die heini coins staken die wieder in dem anderen staking pool und bekommen dann eben ein bisschen was von den rewards und freuen uns darüber dass wir einnahmen machen und wenn wir dann einnahmen machen dann können wir mit den heini coins die wir da bekommen natürlich auch zu einem exchange gehen und die mal anbieten zum verkauf um mal zu gucken ob jemand lust hat die zu kaufen und dann fängt so ein bisschen fomo an also fear of missing out das heißt die investoren die denken sich naja ich steige jetzt besser früher ein weil dann kriege ich ja mehr von den einnahmen hier ab denn je früher ich hier drin bin desto größere anteile habe ich ja auch an dem staking pool und vielleicht irgendwann wird der erste investor dann eben die heini coins vielleicht sogar kaufen von uns im exchange und dadurch bekommt der heini coin dann tatsächlich auch einen wert weil sobald der erste trade mit dem heini coin passiert wird es einen kurs geben und der kurs das ist ja der aktuelle wert von dem ganzen und natürlich ist er sicherlich am anfang wenn die einnahmen noch gering sind klein und der investor der wird dann hingehen und seine euros beim dezentralen exchange eben gegen heini coins tauschen weil wir verkaufen ihm ja die heini coins und die wird er wieder in diesen staking pool einlegen und dadurch rewards generieren also er wird dann beteiligt sein an dem projekt und unsere beteiligung an dem gewinn wird runtergehen weil ja ein zweiter investor in der ganzen sache drin ist und das erzeugt so einen gewissen druck dass je schneller man da rein geht desto besser ist das für einen und weil der heini coin jetzt einen preis hat bedeutet das auch dass wenn der heini coin einen preis bekommt einen preis hat dann haben wir auch hier in den staking pools eine ap weil wir bekommen ja heini coins als belohnung die einen bestimmten wert haben und diese apy kann man beziffern das heißt wir legen ein xy euro und bekommen so und so viel heini coins mit dem und dem euro wert und dadurch haben wir eben zins einnahmen diese ap weil die wird im zweiten staking pool höher sein als im ersten weil im zweiten staking pool die einnahmen aus dem projekt enthalten sind und das heißt die investoren sehen jetzt die leute überhaupt nicht nur die investoren die sehen jetzt es lohnt sich da einzusteigen und das bedeutet der ein oder andere wird eben dann auch mit einsteigen und auf die weise hat king heini der programmierer ist jetzt geschafft ein coin aus dem nichts zu erzeugen der auch einen wert hat und dieser wert hilft ihm dabei seine plattform sein projekt nach vorne zu bringen und gleichzeitig hat er es geschafft dass er nicht mehr der king heini ist sondern dass er einfach einer von den investoren oder einer von uns ist weil er hat nämlich auch nur eine von vielen stimmen und dadurch steigt das vertrauen in diesen in diese plattform weil er jetzt nicht sagen kann so morgen schalte ich die plattform ab und nehmen das ganze geld raus weil das kann er nicht weil der smart contract der ist ja schon auf der plattform gespeichert und das voting die ganzen parameter die jetzt hier in diesem smart contract einzustellen sind die bestimmt er nicht alleine sondern der rest und so funktioniert das mit den staking pools und das ist ein sehr zentrales element im in dem im ganzen die fall bereich weil wenn es die staking pools nicht gäbe dann wären das wären die projekte einfach nur irgendwelche projekte wo wir irgendwelche programmierer hinter sitzen und man hätte extreme schwierigkeiten da es ja auch keine bankenaufsicht gibt oder keine regulierungsbehörde oder so oder finanzaufsicht die jetzt also dafür sorgen könnte dass der programmierer der das veröffentlicht nicht wegläuft mit dem geld oder so also dass das alles nicht gibt diese ganzen kontroll instanzen braucht man einen mechanismus wie man vertrauen erzeugen kann und die staking pools sind ein ganz wesentlicher anteil davon und das heißt die staking pools helfen dabei investoren in die projekte zu bekommen in dem nächsten video werde ich dann auf die liquidity pools und die dezentralen exchanges eingehen und dann ist eigentlich das die fall bild das bild vom die central ist fein ist so mehr oder weniger komplett und da wünsche ich viel spaß mit dem nächsten video